Renault F1 Team unter dem neuen Namen Alpine F1 Team an, um für Renaults Sportwagenmarke Alpine zu werben. Sie gehören seit mehr als 40 Jahren zur Formel 1. 1977 begannen sie als Konstrukteur und hatten im Laufe der Jahre neben ihrem eigenen Team auch Partnerschaften mit diversen anderen Teams als deren Motorenhersteller. So hatten sie Anteil an einer erstaunlichen Erfolgsträhne von Williams in den 1990ern, Red Bulls vier Titeln in Folge in den Jahren 2010 bis 2013 und vielen weiteren Erfolgen. Renault gewann 2005 und 2006 sowohl die Konstrukteursmeisterschaft als auch die Fahrermeisterschaft.